Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über einen Kurzbericht oder einen Kurztestbericht zur Sony A7R5. Hier ist das gute Stück. Ihr kennt sie bereits aus meinem Short hier von YouTube beziehungsweise über Instagram, da habe ich ja des Öfteren darüber schon erzählt, habe einiges schon gezeigt. Ich war damit jetzt aber noch nicht so viel unterwegs, als dass ich jetzt ein ausführliches Review dazu drehen könnte, aber ich habe durch die ersten Bilder, durch die ersten Aktionen, die ich damit gemacht habe, schon einen guten ersten Eindruck von der Kamera und darüber wollte ich jetzt mal sprechen. Es wird also ein ausführliches oder Langzeit Review noch folgen, aber das, was die Kamera mir so vermittelt, jetzt so für den ersten Eindruck, finde ich schon sehr wesentlich, um auch schon ein erstes kleines Kurzvor-Zwischenfazit ziehen zu können und das möchte ich heute kurz hier mitgeben. Also viel Spaß. Die Sony A7R5 wird da zurzeit sehr gehypt von vielen Fotografen, von Filmern, von Menschen, die in Social Media und YouTube unterwegs sind und ich dachte mir so, warum machen die Menschen so einen Hehl um diese Kamera? Warum wird sie so extrem die Höhe gehoben? Aber ich muss sagen, es ist berechtigt. Es ist eine wirklich sehr gute Kamera und ich möchte gar nicht die Daten jetzt vom Blatt runterlesen, wie das Marketing oder wie Sony selbst machen würde. Ich möchte eher aus der Praxis sprechen, denn ich war mit der Kamera, wie gesagt, ein bisschen unterwegs. Ich habe ein paar Bilder schon damit gemacht, habe damit ein bisschen auch gearbeitet und ein kleines Vorweg-Fazit kann ich auf jeden Fall ziehen. Also, die Kamera ist sehr gut verarbeitet. Sony typischerweise natürlich aus einem Magnesium-legierten Gehäuse, fasst sich sehr gut an. Wer die Sony-Reihe kennt, also die Sony A7IV-Reihe, die Sony A7III-Reihe, der weiß also, was er bekommt. Und diese Kamera hier, die A7R5, ist ein Ticken, ein Ticken noch ein bisschen besser, finde ich, verarbeitet als die Sony A7IV. Äußerlich sieht sie aber sehr, sehr ähnlich. Es gibt ein paar Unterschiede. Darauf gehe ich gleich ein. Aber so im Großen und Ganzen, du kaufst Sony und du bekommst Sony und du weißt auch, was du kriegst für das Geld. Demzufolge passt das. Die Kamera hat natürlich kleine Unterschiede zur Sony A7IV. Das ist hier oben dieses Arretierrad. Das heißt, du kannst hier oben deinen Modi auswählen und fest arretieren. Bei der A7IV geht das nicht. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es bei der Sony A7IV stört oder ich versehentlich etwas umstelle. Dort geht es schwergegig genug. Das heißt, da passiert auch nichts. Gut, jetzt kannst du es hier fest locken, beziehungsweise ist es dauer gelockt. Außer du drückst rein. Ja, geht genauso gut. Okay, soviel dazu. Du hast identisch viele Buttons und Knöpfe wie an der A7IV. Die kannst du dir größtenteils selbst mit Custom-Modi belegen. Du kannst die Kamera dir einstellen. Du hast viele verschiedene Möglichkeiten, dir die Kamera so zu konfigurieren, wie du sie brauchst. Fürs Filmen, fürs Fotografieren, whatever. Das geht auch sehr, sehr gut. Also gewohnt wie von der Sony A7-Reihe, wie man sie eben kennt. Dann hast du auch den Joystick natürlich wieder hier hinten. Ihr kennt es auch. Und ganz neu, das ist quasi das Feature, ist das Display. Das Display ist nicht nur größer als bei der Sony A7IV, sondern du kannst es swifeln, du kannst es drehen und du kannst es auch kippen und neigen. Also quasi das Beste aus beiden Welten hier in der Kamera vereint. Ich finde, das Kippen habe ich jetzt nicht so oft wirklich gebraucht, weil ich meistens hochformatisch fotografiere und wenn ich dann doch im Landscape-Modus fotografiere, habe ich meistens das Display ausgeklappt und habe es mir dann so auf meinen Armen mitgenommen oder hier so auf mein Handgelenk. Geht auch, ist eine Frage der Gewöhnung, eine Frage des Trainings, wie du es halt nutzt. Dass ich kippen kann, ist grundsätzlich schon gut, weil wenn du auf Stativ arbeiten musst, dann kannst du die Kamera im Landscape-Modus mit dem Display einfach so ein bisschen ankippen hier und siehst dein Bild und musst dich quasi nicht nach unten beugen, nach oben beugen. Das ist cool. Also auf jeden Fall etwas, was die Kamera zu einem Alleinstellungsmerkmal hier in dem Fall macht. Das Display ist größer und ich finde, das Display ist auch natürlich nicht nur besser höher aufgelöst, wissen wir, sondern es lässt sich doch noch mal deutlich besser ablesen. Auch über den Surer, der ist auch noch mal mit einer höheren Auflösung versehen worden, auch das siehst du in der Nutzung, im Menü nicht. Das Menü sieht irgendwie total pixelig aus, finde ich immer noch wie bei der A7 IV, aber draußen im Real Life so ein bisschen sieht das Ganze wirklich noch mal besser aus. Ich finde, das Suche fühlt sich, aber das ist mein Empfinden, ein Ticken noch größer an. Das kann täuschen, aber ich habe das Gefühl, da ist ein Ticken heller, ein Ticken größer auch und das Display ist natürlich wahnsinnig gut in der Auflösung. Also das ist schon auf Canon R5 Niveau richtig gut, gefällt mir wirklich richtig gut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch die Kamera dann auch mit dem Display noch einzustellen, also auf Volltouch. Das geht jetzt richtig gut. Du hast auch die Möglichkeit, ein Menü, dieses FN-Menü, dir einblenden zu lassen, wenn du von unten nach oben wischst. Ich kann dir das mal zeigen. Schalte mal die Kamera ein. Ich möchte jetzt ein Foto aufnehmen und dann swipe ich quasi von unten nach oben und dann rutscht dieses FN-Menü mit ins Bild rein und das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. Jetzt kannst du quasi swipe nach oben, kommt das Menü, swipes dann nach unten, wieder ist das Menü weg. Das ist schon ein cooles Feature, also keine Frage. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn du es brauchst, ist es cool. Wenn du es nicht brauchst, ist es egal. Ich finde es gut, weil dadurch kann ich die Kamera mehr auf Touch auslegen, mehr auf Touch bedienen, brauche weniger Knöpfe drücken. Manchmal geht es sogar ein bisschen schneller, aber das ist ja subjektiv. Das muss bei dir jetzt nicht so sein. Das kann anders bei dir sein. Was natürlich auch sehr auffällig ist, ist die Geschwindigkeit der Kamera. Die Kamera fühlt sich noch einen Ticken schneller an als die A7 IV, muss ich sagen. Ich hatte bei der A7 IV nie das Gefühl, dass die Kamera langsam ist, träge ist oder irgendetwas nicht funktioniert, bis auf das Umschalten vom Suche zum Display. Wenn ich quasi in Wiedergabe gehe, wenn ich ein Foto oder Video mal anschauen möchte über den Suche, dann dauert es manchmal ein bisschen länger im Umschalten, je nachdem, welche Neigung das Display gerade hat. Das ist bei der Sony A7 IV nicht mehr so. Das finde ich cool. Aber auch so ist die Kamera noch einen Ticken schneller, wenn ich sie einschalte, wenn ich sie ausschalte, wenn ich sie einschalte, gleich benutzen möchte. Ihr habt es gerade eben gesehen. Die Kamera wirkt viel schneller nochmal als die A7 IV. Und das ist gut im Grund. Sie hat natürlich die Performance von der A1 spendiert bekommen. Demzufolge geht es quasi nicht besser und schneller bei Sony. Und das merkst du schon. Also das ist schon nochmal eine andere Liga. Was mir auch aufgefallen ist in der Praxis, der Autofokus ist halt echt eine Granate. Also dabei der A7 IV ist schon so schnell, dass du nicht das Gefühl hast, dir fehlt irgendetwas. Aber bei der A7 R5 ist es nochmal einen Ticken schneller. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt fast schon komplett ohne Verzögerung. Du hast sofort das, was du brauchst im Fokus. Es wird getrackt, es wird verfolgt. Das passt. Also alle, die jetzt behaupten, es muss noch besser werden, ich weiß nicht, was es sein soll. Für mich passt das mega gut. Die A7 IV ist ja schon quasi ohne Kompromisse im Autofokus. Das ist nochmal mehr und nochmal besser. Und das ist schon krass. Ich hoffe, einige Features kommen von der A7 R5 als Firmware-Update in die A7 IV mit rein. Weil ich denke, das ein oder andere kann die A7 IV auf jeden Fall auch mit der Performance leisten. Das wäre wünschenswert. Ähnlich wie bei Fuji, wenn das geht. Bitte, liebes Sony-Team. Und dann wäre das, denke ich, eine runde Sache auch für alle User, die jetzt die A7 IV haben und die A7 R5 nicht brauchen oder nicht möchten. Aber grundsätzlich ist das wirklich richtig gut. Dann vielleicht noch etwas zur Akku-Performance. Es wird ja gesagt, dass die Kamera ein bisschen weniger Akku-Performance bietet als bei der A7 IV. Den Eindruck hatte ich nicht. Ich kam mit einer geladenen Akku-Leistung komplett über den Tag, konnte meine Fotos machen, konnte meine Videos machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Akku irgendwie schneller leer gesorgt wird. Keine Ahnung, was man da einstellen muss, dass es passiert. Vielleicht eine höhere Refresh-Rate für den Surer. Das geht ja auch einzustellen. Ich habe alles auf Standard, was das angeht, gelassen. Demzufolge. Bei mir hat das alles funktioniert und fühlt sich wie zu A7 IV gleichwertig an. Apropos gleichwertig. Was nicht gleichwertig ist, ist natürlich der Sensor. Du hast die 61 Megapixel. Klar, da kannst du ins Bild weit hineinzoomen. Du hast extrem an Auflösung viel in Reserve, wo du im Nachhinein noch mal ein bisschen freistellen kannst und noch ein bisschen arbeiten kannst. Dodge & Burn und so weiter und so fort. Aber das ist ja gar nicht der ausschlaggebende Punkt für mich gewesen, die Kamera zu kaufen. Sondern eher die Möglichkeit, dass ich hier ähnlich wie bei der A7 IV umschalten kann im Compressed-Raw-Modus. Das heißt, ich kann hier auf Compressed-M schalten und habe ungefähr 26 Megapixel übrig im Bild. Das reicht für das meiste aus und reicht für großformatige Drucke, das reicht für Webgeschichten, das reicht auch für Kundenaufträge, wenn man weiß, was man braucht. Und das ist schon cool. Also wenn du jetzt losgehst und hast die Kamera quasi für die Family dabei, was ein bisschen overexposed wäre, aber ja, du hast die dabei für die Family und du brauchst keine 61 Megapixel, die reichen 26 aus. Dann schaltest du auf Compressed-M, hast 26 Megapixel, trotz alledem die volle Leistung des Sensors. Du büßt quasi nichts ein, außer eben etwas von der Auflösung und du kannst damit fast alles machen, was du möchtest. Du hast natürlich viel kleinere Dateien, das heißt, für deinen Rechner ist es einfacher, das Ganze zu handeln. Für die ganze Performance in der Nachbearbeitung ist es besser. Ich habe an meinen vergangenen Videos öfter gesagt, dass höhere Auflösungen der Kameras auch bedeutet, dass du mehr Performance beim Rechner abrufen musst und das ist auch so. Kann ich aber runterschalten auf weniger Megapixel, ist die Datei kleiner, die Verarbeitung funktioniert schneller und du musst nicht unbedingt für deinen Rechner aufrüsten. Also das ist wirklich cool, dass du sagen kannst, mir reichen hier 26 Megapixel aus, für das am Tag so ein bisschen fotografieren, ein bisschen knipsen und wenn es darauf ankommt und ich bin in einer coolen Region oder ich mache jetzt die Fotos oder den Shot, dann schaltest du hoch auf 61 Megapixel unkomprimiert und rufst quasi die komplette Auflösung vom Sensor ab. Das ist geil, also das ist wirklich ein Gimmick. Das ist schon, ja, das ist dann auf jeden Fall kein Grund mehr zu sagen, ich kaufe die Kamera nicht aufgrund des höheren auflösenden Sensors, sondern eher, ich habe die Möglichkeit runterzuschalten und das passt. Also das ist wirklich eine Funktion, habe ich auch schon öfter genutzt, weil ich 61 Megapixel nicht für alles brauche. Also wenn ich rausgehe und fotografiere Pepper, dann brauche ich keine 61 Megapixel. Klar, ich kann es machen, da ein bisschen rumspielen oder bei Makrofotos direkt noch hineinzoomen auf die Blütenpollen, auf die kleinsten Partikel. Brauche ich nicht, muss ich auch nicht, dann reicht es mir wirklich, wenn das Bild weniger Auflösung hat. Man ist immer noch knackerscharf und das funktioniert und das passt. Ich zeige euch nochmal kurz hier das Display, weil ich vorhin gesagt habe, Praxis. Es gibt natürlich auch im Menü, ich habe es vorhin gesagt, nicht nur die Funktion nach oben wischen zu können, sondern es gibt auch im Menü jetzt hier ganz oben dieses neue Haupt-Hauptmenü. Ich zeige das mal hier an der Kamera. Das heißt, wenn du ganz nach oben gehst, hast du die Möglichkeit, in diesem Haupt-Hauptmenü dir die schnellsten Funktionen aufrufen zu können. Das kannst du auch ein bisschen anpassen, finde ich auch cool. Aber es ist so die Frage, ob man das braucht, weil bei Sony ist das Problem, dass du mit gefühlt jeder Kamera ein neues Menü hast. Du gewöhnst dich quasi wieder um und wenn es dann mal den Nachfolger hiervon gibt oder den Nach-Nachfolger, fangen wir wieder mit einem anderen Menü an. Das ist so ein bisschen Sony-typisch, wo ich mich frage, wann wir das mal konsistenter kennen. Nikon, Fuji macht es ja gut vor, dass man auch, wenn man ein sehr eigenes System hat, trotzdem die User daran gewöhnen kann. Und wenn man das dabei belässt, wird das Ganze auch für die User irgendwann in der Praxis auch tauglicher an der Bedienung. Hier ist es halt immer so, ja, es entwickelt sich weiter und es ist auch nicht alles gut, was sich weiterentwickelt in diesen Menü. Ich finde es durchaus gut, dass man dieses Haupt-Hauptmenü hat, aber es bedeutet wieder eine Umgewöhnung und du musst dir quasi wieder alles anschauen und aneignen. Das ist halt wieder so, das musst du wollen, da musst du Bock drauf haben. Ja, ich nutze andere Funktionen im Menü, ich brauche das nicht unbedingt, aber dass ich gesagt habe, der Vollständigkeit halber, es gibt jetzt auch diese Funktion und dass das da ist, ist okay. Ich hoffe nur, dass es in den nächsten Kameras auch bleibt und sich nicht stets und ständig wieder weiter verändert. Welchen Vergleich ich auch sehr sinnvoll finde, ist der Vergleich mit der Canon R5 und zwar hat sie ja etwas weniger Megapixel in der Auflösung, klar, aber vom Vergleich her, vom Nutzen her sind die ja nun sehr ähnlich inzwischen angesiedelt. Also was das professionelle Arbeiten angeht, beide können 8K filmen, beide können 4K, hier 120 Frames, hier 60 Frames, aber das ist erstmal egal. Beide haben ähnlich gute Suche und Displays und da stellt sich dann schon die Frage, wie groß sind die eigentlich im Vergleich, wo sind die Unterschiede, wenn man jetzt doch zu dem Canon System nochmal liebäugeln sollte. Also ich denke, du siehst, das nimmt sich nicht viel. Klar, der Canon Griff ist nochmal ein anderer Griff, aber das werde ich in einem anderen Video nochmal gesondert nochmal alles mit euch besprechen. Und der Sony Griff ist eben der Sony Griff. Aber so vom Aussehen, von der Größe, von der Haptik nimmt sich das inzwischen nicht mehr viel. Ihr seht das? Dann auch bei der Sony A7R5 habe ich das Gefühl, dass der Griff noch ein Ticken besser geworden ist. So ein Ticken, das kann jetzt auch subjektiv sein, wie ich die Kamera jetzt anfasse, aber fühlt sich noch ein Ticken größer, noch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen wuchtiger an. Demzufolge passt das für mich von der Größe her kein Vergleich mehr zu den ersten A7-Generationen, die nun deutlich kleiner waren, auch filigraner waren. Aber ich würde auch hier empfehlen, ein L-Bracket ranzumachen. Nicht unbedingt nur für die Tripods, sondern auch, dass du hier den kleinen Finger unten ablegen kannst. Das mache ich standardmäßig bei jeder Kamera, außer bei der Canon. Da baue ich mir dann zusätzlich diesen L-Bracket mit ran und habe quasi alle Anschlüsse frei, kann aber meinen kleinen Finger hier unten auflegen und die Kamera ist nochmal größer. Ich kann sie besser anpacken, kann vielleicht zur Not noch irgendwas an Zubehör, an Gimmicks dazu ranschrauben oder ranbasteln. Das geht natürlich so nicht. Also mache ich bei jeder Kamera. Das musst du nicht tun. Meine Empfehlung an der Stelle ist, lohnt sich ein L-Bracket auch hier wieder in den Fall zu investieren, weil die Kamera dann nochmal deutlich größer und ein bisschen handlicher wird, wenn du damit arbeitest. Ich hoffe, der Vergleich war ein bisschen sinnvoll und wenn du jetzt Fragen hast, stell sie bitte gern zu der Kamera. Wenn du Wünsche hast zum kommenden Review, schreib sie gern unter dieses Video auch. Ihr könnt auch per Instagram mal reinschauen. Da stelle ich dann öfter regelmäßig auch Storys zum Thema Kamera-Equipment rein, auch zur A7R5, wenn ich unterwegs bin und mir fällt wieder was auf, positiv wie negativ. Stell ich es auf jeden Fall rein. Das heißt also, schaut da gern auch mal auf meine Social-Media-Kanäle und auch dort könnt ihr mir Fragen zur Kamera stellen. Vor allen Dingen auch eure Wünsche zum kommenden Langzeit-Review. Also wenn ich noch ein bisschen intensiver mit der Kamera gearbeitet habe, dann werde ich spätestens noch mal eure Fragen, eure Themen nochmal aufgreifen. Dazu auch das Review möglichst gestalten. Ich habe jetzt Instagram ja schon umgefragt, wer von euch Fragen zur Kamera hat, was ihr euch wünscht zum Review. Da kam schon ein bisschen was. Und das würde ich alles im großen Review mit reinnehmen, sodass wir dann ein Rundum-Paket für das Review zur Kamera bekommen. Und ich hoffe, das wird dann hilfreich sein für all diejenigen, die sich die Kamera eventuell anschauen wollen. Vielleicht mal ausleihen für den Urlaub, weil das kann man ja machen. Und dann hoffe ich, dass mein Video heute ein bisschen hilfreich war. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dann kommen wird am Review. Und wenn euch was gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!